hallo guten morgen kathy hat mich zum reden angesteckt heute ist der 14 dezember und wir dürfen ein weiteres türchen öffnen in form eines buches aus unserem video weihnachtskalender was ist da wohl drinnen mach doch mal auf ein kalender von grüffelow und ein riesiges bodenpuzzle von grüffelow also ein grüffelow set das könnt ihr gewinnen wenn ihr folgende frage richtig beantworten könnt was haben die drei heiligen drei jesus kind übergeben in der nacht als es geboren wurde drei sachen waren es wenn ihr es wisst schreibt es in die kommentare und wir drücken euch ganz fest die daumen und wir sind sehr sicher dass ihr es wisst und wünschen euch dann viel spaß wenn ihr das grüffelow set gewonnen habt tschüss so